Hallo Freunde, heute geht's bei FCMotoTV um das schon angesprochene Thema Atmungsaktivität. Mehr dazu gleich nach dem Countdown. So Leute, wie schon angeteasert, Atmungsaktivität ist das heutige Thema, passend zur letzten Folge, wo es ja um die Wasserdichtheit ging. Und ich sagte euch da ja schon, dass Atmungsaktivität und Wasserdichtheit definitiv zwei Dinge sind, die miteinander verwoben sind. Also von daher schon eine wichtige Ergänzungsfolge. Ich weise allerdings auch in diesem Zusammenhang nochmal auf die Folge hin, die wir übrigens auch verlinkt haben in der Videobeschreibung, dass wir dazu im letzten Jahr schon mal eine grundsätzliche Folge veröffentlicht haben. Da könnt ihr also gerne nochmal zusätzlich reinschauen. Fangen wir auch da wieder mit grundsätzlichen Dingen an, denn Atmungsaktiv ist eigentlich auch ein Ausdruck, der relativ missverstanden werden könnte. Denn wenn ihr eine Klamotte habt mit einer Membran verbaut, die dann pocht darauf, ey, wir sind atmungsaktiv, da ist gar nichts aktiv an so einer Bekleidung. Das heißt, wir können uns, glaube ich, durchaus einigen auf den Begriff Dampfdurchlässigkeit. Das ist, glaube ich, vom Terminus technicus korrekt. Trotzdem werden wir in dieser Sendung den Begriff Atmungsaktivität benutzen, denn der ist auch überall in Werbung, in Produktbeschreibung und und und. Als mittlerweile angekommener Begriff hat der sich durchgesetzt. Aber thematisch ist er eigentlich falsch. So Leute, ähnlich wie bei der Wasserdichtheit gibt es auch bei der Atmungsaktivität quasi ein Maß, das überprüft werden kann, das gemessen werden kann. Und da freue ich mich eigentlich schon seit zwei Monaten drauf. Ich hoffe, mein Ex-Mattelehrer oder Physiklehrer schaut zu. Und zwar ist die Einheit Gramm pro Quadratmeter pro 24 Stunden. Das heißt, das Maß, das auch gewogen werden kann, der Feuchtigkeit, die durch eine Membran durchdiffundieren kann, innerhalb von 24 Stunden in einer Fläche, die den einen Quadratmeter umfasst. Das wird gemessen und ist dann ein Kriterium dafür, ist so ein Stoff sehr atmungsaktiv, weniger atmungsaktiv oder fast gar nicht atmungsaktiv. Und das kann theoretisch reichen, bis zu einer Atmungsaktivität von 40.000 Gramm, also roundabout 40 Liter, die innerhalb von 24 Stunden durch diese Materialprobe durchwandern kann. Das ist natürlich extrem atmungsaktiv. Das braucht der normale Motorradfahrer überhaupt nicht. Denn ich sagte das ansatzweise ja schon in der letzten Folge, zwischen Atmungsaktivität und Wasserdichtheit gibt es einen sich entgegensetzenden Zusammenhang. Das heißt, je atmungsaktiver ein Werkstoff ist, je mehr Probleme hat er mit der Wasserdichtheit und umgekehrt. Das heißt, bei einem Supersportler, der dann Cross fährt oder Motorradrennen fährt, der hat wohl was von diesen erhöhten Atmungsaktivitätswerten. Nur der braucht sie nicht, weil für den ein Sturzschutz und ein Schlagschutz, also Lederkombi als Beispiel, viel, viel wichtiger ist, als denn ein vermeintlicher Tragekomfort. Während der allgemeine Motorradfahrer, der einfach Touren fährt oder seine Samstag-Nachmittags-Tour macht, der hat natürlich was von der Atmungsaktivität, die aber dann nicht in solch extremen Dimensionen liegen muss. Also von daher ist das ähnlich wie bei der Wasserdichtheit auch ein recht dehnbarer Begriff. Und es gibt dann einen Wert, der genau diese Geschichte hier auch charakterisiert. Der nennt sich MVTR im Gegensatz zu dieser Bemerkung, die sich RET nennt. Ich schlage mal diese Seite um. Denn der erste Wert nennt quasi diese Atmungsaktivität, die ich auch eben schon beschrieben habe, also Gramm pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Und der zweite Wert, dieser RET-Wert, benennt die Eigenschaft des Widerstandes, der von dem Material, dem Dampf entgegengesetzt wird. Und da gibt es auch eine Faustregel. Bei dem RET-Wert, wenn ihr einfach mal so eine Beschreibung auf der Etikette an der Klamotte habt oder an der Produktbeschreibung, dann ist es halt so, dass da der Wert so niedrig wie möglich sein soll. Da geht es los, so ab einem Wert, RET-Wert von 20, absteigend. Und wenn ihr einen Wert unter 6 hättet bezüglich RET, habt ihr ja schon eine extrem, ganz extrem aufwendige und hochwertige Atmungsaktivität. Das ist bei diesem MVTR-Faktor genau umgekehrt. Da soll einfach der Wert so hoch wie möglich sein. Und ich denke mal, eine Atmungsaktivität, also einen MVTR-Wert von 20.000, das ist schon extrem gut und würde schon den ein oder anderen Sportler auch schon prima bedienen können. Ähnlich wäre der Wasserdichtheit, kann es natürlich jetzt auch bei der Atmungsaktivität zu Problemen kommen, die vielleicht eine Werbeaussage nicht mehr bestätigen können. Denn diese Dampfdurchlässigkeit, ich mache es einfach mal ganz kurz auf die prägnantesten Punkte, dass Dampf also oder Wasser in Dampfform aufgrund der sehr, sehr kleinen Moleküle durch die Membran durchwandern kann, während Wasser in Tropfenform, da ist das Molekül um ein Vielfaches größer, diese Sperre nicht passieren kann. Das heißt, durch diese Art und Weise ist es halt so, dass ein warmes, feuchtes Klima, das innerhalb der Klamotte besteht, sich mit dem kühlen und trockenen Klima austauschen möchte, nach dem Motto, beide Milieus möchten sich angleichen. Das heißt, das funktioniert nur, solange auch die Umgebung entsprechend so ist, wie sie denn sein soll. Sprich, ihr müsst eine vernünftige Unterwäsche haben. Das heißt, Baumwollbekleidung ist wohl die schlechteste Empfehlung und eine Funktionsbekleidung unterstützt diesen ganzen Vorgang, weil einfach eine Funktionsbekleidung nicht die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit zu binden, was ja bei Baumwolle ganz anders ist. Und auch die Alternativmaterialien, zum Beispiel der Midlayer aus einem Fließmaterial oder aus einem Material mit einer Merinowolle, sind hochwertig feuchtigkeitstransportierend und würden dann das angenehme Milieu unter der Membran unterstützen, dadurch, dass die Feuchtigkeit weiter transportiert wird, während Baumwolle, ein Sweatshirt als Beispiel, auch da mehr so den Speichercharakter hat. Und dann ist die Folge, dass ihr, würde es denn zu einer starken Schweißbildung kommen, dass ihr anfangt auszukühlen und damit entsteht natürlich genau der nicht gewollte Effekt. Mit am wichtigsten ist jedoch, dass zwischen dem inneren Klima, also unter der Membran und Außenklima über der Membran, eine Temperaturdifferenz herrscht, die 15 Grad nicht unterschreiten sollte. Wäre sie kleiner als 15 Grad, wird diese Atmungsaktivität sukzessive abnehmen. Das erklärt natürlich auch viele Reklamationen, dass jemand sagt, bei 30 Grad, hör mal, ich bin in meiner Jacke komplett zerflossen, wie kann das sein, die ist der Atmungsaktivität, die ist der Atmungsaktiv. Das heißt, dadurch, dass einfach diese Milieus, von denen ich eben sprach, so gleich sind, findet nicht mehr dieser Austausch statt. Ergo, bei 30 Grad kann jede Membran noch so gut sein, es funktioniert dann definitiv nicht mehr. Und ihr solltet einfach dann darauf achten, vielleicht auch mal ein Backup zu haben, zum Beispiel auch eine Klamotte, wo gar keine Membran drin enthalten ist, damit auch ein Fahren bei 30 Grad nicht irgendwo mit einem Dampfstau endet. In diesem Zusammenhang übrigens noch einige Worte zu einer Imprägnierung, nämlich diese sogenannte DWR-Imprägnierung. Da habe ich zwar schon was im Zusammenhang mit der Wasserdichtheit gesagt, aber auch bei der Atmungsaktivität bekommt diese Imprägnierung einen gewissen Sinn. Und zwar gibt es den ein oder anderen Nutzer oder Käufer, der einfach mal einer Imprägnierung unterstellt, dass das quasi nur ein Backup für eine minderwertige Wasserdichtheit wäre. Das kann ich nicht ausschließen, aber vielmehr hat bei den Top-Anbietern diese DWR-Imprägnierung die Eigenschaft, dass der Wasserfilm, der sich bei einer unbehandelten Klamotte über der Membran bildet, der würde auch bedeuten, dass die Atmungsaktivität an dieser Stelle sehr stark eingeschränkt ist. Das heißt, die DWR-Membran in diesem Sinn macht einfach dann vor allen Dingen konstruktiv sehr, sehr viel Sinn, weil dann eintretendes Wasser oder auftretendes Wasser sofort abfließen kann und die Membran bleibt von außen auch relativ lange trocken und damit ist auch die Atmungsaktivität nach wie vor gewährleistet, was über den komplett geschlossenen Wasserfilm halt nicht der Fall wäre. Darüber hinaus wird auch eine Imprägnierung, eine DWR-Imprägnierung heißen, dass das Außenmaterial geschützt wird, dann nicht nur durch abferlendes Wasser, sondern auch Schmutz hat viel, viel weniger Möglichkeit, eine innige Verbindung mit dem Außenmaterial einzugehen, denn der Schmutz wird ja auch eine atmungsaktive Weiterleitung verhindern, dass also das Material die Feuchtigkeit durch die Membran wandert, aber spätestens dann am Außenmaterial am Außenmaterial ist Feierabend und damit wird es einen Stau geben und der kann dann nicht mehr von innen abtransportiert werden. Also von daher auch eine dauerhafte Imprägnierung macht in Verbindung mit der Atmungsaktivität einen gewissen Sinn, ohne das jetzt verstanden zu wissen, dass das einfach ein Backup für eine fehlerhafte oder mangelhafte Ausstattung der Membran wäre. So Leute, kommen wir langsam zum Fazit, denn wie immer muss man schon versuchen, da den Vor- oder den Nachteil aus diesen letzten zwei Folgen rauszuziehen. Ihr merkt vielleicht, die hundertprozentige Lösung gibt es nicht. Es mag Schwerpunkte geben, jemand, der gerne in den Norden Europas fährt, um da seinen Urlaub zu verbringen, der wird natürlich Mehrwert auf eine etwas hochwertigere Wasserdichtigkeit legen und macht Abstriche bei der Atmungsaktivität und einer, der gerne Richtung Südeuropa unterwegs ist, bei dem ist es halt genau umgekehrt. Das heißt, letztendlich muss die Entscheidung dann, wie immer von euch getroffen werden, aber sagen wir, so ein paar Anhaltspunkte zu haben, um bei den unterschiedlichen Klamotten auch in die unterschiedlichen Bereiche dann vorzudringen, um das dann besser abzudecken, das ist möglich, auch eventuell durch Detaillösungen. Da muss ich einfach dann auf diese Beschreibung der unterschiedlichen Klamotte hinweisen, aber da habt ihr dann auch noch was zu tun. Also von daher Fazit ist, dass eigentlich kein definitives Fazit gezogen werden kann. Dafür sind die Ansprüche, die gestellt werden, alle viel zu unterschiedlich. Leute, das war's schon wieder. Ja, alles schon. Falls noch irgendwelche offenen Fragen sind, schreibt's uns einfach mal in die Kommentare rein. Ansonsten nochmals der Hinweis auf die Links in unserer Videobeschreibung, denn da wird auf die Sendung hingewiesen, die wir schon hatten, die das eine oder andere Thema nochmal vertiefen. Ansonsten, wenn's gefallen hat, Daumen hoch, Abos, alles gern gesehen. Ich sage Tschüss und Adios. So. So.